Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ritschi Bettauer, im Internet bekannt als Datenschmutz. So heißt auch mein Blog datenschmutz.net. Ich bin Online-Strategieberater, LinkedIn-Experte und Lektor an der Universität Wien. Hier auf meinem YouTube-Kanal finden Sie in erster Linie meine wöchentliche LinkedIn-Show, immer live, donnerstags um 16 Uhr. Ich habe 2008 begonnen, Videos zu produzieren, mein erstes Video auch in diesem Jahr hier auf YouTube hochgeladen. Ich bin sozusagen ein Oldschool-YouTuber. Ich freue mich, dass Sie meinen Kanal besuchen. Ich freue mich über ein Like, einen Kommentar und natürlich ganz besonders, wenn Sie mich abonnieren.